Herzlich Willkommen Leute zu einer bombastischen Golf-Infolge mit Flocking-Abuze-Kundran-Maru und Alex. Ich bin CT. Hallo. Und ich will die Bombe legen, ihr Schweine. Seht ihr meinen CT-Skin? Der ist richtig geil. Ich höre die Bombe nicht. Ich höre die auch nicht. Nur einfach zu. Ab und zu. Okay, wenn wir nicht auf dem Bombenplatz sind, deswegen. Wir sind ja jetzt erstmal hier unten, ne? Wir spielen das 2. Wir laufen jetzt Richtung A. Da sind Mid-Doors. Das sind München. Ich habe es genauso gemacht. Ja, das ist mein Geld. Lass uns ruhig. Ich habe es aufgesammelt. Mein. Busch. Ach du Scheiße, ich hasse das 2. Abwp, abwp voraus. Nee, die Mid-Doors sind ja zu. Oh oh, das war schlimm. Ich weiß ja gar nicht das zu. Wir werden drücken, komm. Ja, stürmen. Oh shit. Ich glaube Kapuze ist der Einzige, der das 2 nicht kennt. Ja. Da liegt ein Toter. Was ist das für den Geisel Kapuze, ne? Oh, da, da. Stimmt. Der Weihnachtsmann. Wenn ihr hierher laut könnt ihr nächste Runde kaufen. Weihnachtsmann. Ich komm. Äh, Echo. Nein, nicht Echo. Echo, Echo. Echo. Oh shit. Warte mal, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Du musst da oben ins, da oben. Hier. Du musst über Window rein. Ist doch klar. Ah, ich bin auf dem B-Spot. Kommt ihr hinterher. Ich muss über Window rein? Ja. Du musst über Window rein. Was ist das für eine kurze Taktik? Über Window. Nein. Bleib da liegen, bitte. Oh, come on. Ich glaube, man kann nirgendwo liegen bleiben. Doch. Doch. Der eine Balken ist dafür da. Ah. Der Donner Balken. Ich gehe übers Fenster, Frau Kau. Ah. Abgerutscht. Potschausen. Danksam, Bot. Oh. Potschausen. Haben wir nur ein bisschen gebraucht. Bin übers Fenster rein. Ich komm das Fenster nicht durch. Ich komm das Fenster nicht durch. Wir haben doch gesagt Rushbee, nicht? Abgefragt. Der Basebot ist voll geil nachgebaut. Habt ihr gerade gesehen? Wir sind da. Weißt du auch nicht? Was auch geil gebaut ist? Du. Uuuh. Wow. Also. Ist das widerlich. No joke. No joke. No joke. Ja genau. No joke. No joke, dude. No joke, boys. Wo denn? The Bomb has been planted. Ne, noch nicht. Also. Ich glaub die nächste. Das ist auch ein X. Doch, doch, da drüben ist die 5. Also man sieht's um die Fahne. Okay. Jetzt müssen wir schnell sein. Waschbee. Ich plante. Oh shit. Ich plante. Ich plante. Lass mich blenden. Lix, das Ding ist jetzt schon scharf. Nee. Ich lege. Ich hab geplantet. Oh. Schnell, schnell, schnell. Sonst fliegt die weg. Oh oh. Zu spät. Oh oh. Es hat meins nicht gezählt, obwohl ich drin lag. Oh ich auch. Ich bin hier. Ich bin auf B. Ich bin ne Cutters. Ich bin draußen. Ist eh schon zu spät, aber mach dir mal. Ich hab's noch geschafft, weil ich halt den Puff... Hab die Bombe defused. So. Tunnels. Oh. Tunnels. Hier kann ja sein, dass wir irgendwie mit Rush machen. Ausblick. Super nice. Was hab ich denn hier gemacht aus Versehen. Oh was ist das für ne blöde Map. Hey. Hey. Hier ist der Camper Spot, alte Kapuze. Da muss jetzt hinten die Treppe runterlegen. Einfach so durch die Kurve. Ich hab mich scanne. Doch. Schaffste. Ja da ist die Kiste. Da steht auch immer einer sonst. Ja jetzt muss er runter. Ja jetzt muss er runter. Ja jetzt steht immer einer. Jetzt liegt das Eckpass auf. Der geht den Handy. Boom. Oh. Also ich dachte wir jetzt. Da rechts fehlt die Kiste. Hopp. Auto Confuse Kapuze Wurm. Hinter dir. Ich mein Harry Potter. Meine Ansprüche sind jetzt gewachsen. Also ich mein. Ich bin jetzt Voldemort gekillt. Da kommt nix. Wir sind jetzt im Echten eben kaputt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Nein. Was ist das denn eigentlich hier? Ramp? Ja. Geil. T-Base. Du kannst auch nach unten spielen Maru. Ja du kannst auch unten. Mach ich jetzt auch. Mach ich jetzt auch. Interessant. Ja das Problem ist es liegt an der Kante. Da unten. Jetzt. Juhu. Yay. Sind alle anderen oben reingegangen. Das ist LMS ist das mal. Last Man Standing. Mensch Maru. Wie im echten Counter-Strike. Alter. Langschulden Gegner. Jetzt kommt er mit seiner P90. Oh. Nicht gut. Ja das ist gleich auf hier Rampe da. Das treffe ich nicht gut. Der ist bei Titi. Alter das ist voll gut nachgebaut. Aber hier sind die Sprays nicht. Der shoppt da oben ist nicht da. Nooo. Ich glaube. 90 ist hier nicht die richtige Warme. Nee. Ich wechsle mal. Ja geht doch. Deagle One Click. Sehr gut. Was jetzt? Ja Rüst. Wir sind gespawrt. Daneben ist die 8 aber. Ja war fast gut. Glaub nicht dass du da liegen bleiben wirst. Sollte. Suizide. Believe it. Schade. Hallo. Hey. Lass den Weihnachtsmann anholen. Du hast schon wieder mit Geld verloren. Kannst du auf dein Geld auch passen? First Try. Ja. Ja. Wie immer. Boah. So was kommt jetzt? Alle rein. Alle rein. Wohin? Na gut. Aber ihr müsst aufpassen. Ihr dürft nicht zu weit. Die Xbox ist sogar. Müssen wir nach unten nehmen. Die sind alle benannt die Sachen. Müssen wir nach unten? Ja die Lower Cutters. Wir müssen in die Lower Cutters. Shit. Ahja. Das ist nicht gut. Da durch die. Oh nein. Ich muss kurz zur Tür. Das war blöd. Das ist ganz schlecht. Da ist eine Cat in der Wand. No. Nein. Oh. Shit. Einmal Risiko. Ja. Ich freue mich dich zu hören. Paar. Oh. Paar. Paar. Bin ich auch. Ich bin bei der Katze. Warum weil der Cat steht. Birdie. Weil das Cat War ist. Birdie. Birdie. Das ist schlecht. Du musst noch mal. Moment. Ich wollte gerade sagen. Das ist glaube ich nicht gut. Nee. Du musst ein bisschen weiter. Maru. Du musst da rechnen. Aber nicht zu hart. Ja. Perfekt. Perfekt. Komm schon. Fast perfekt. Damn. Ja. Hätte ich bei Kapuz gemacht. Hätte ich direkt eingeloggt. Aber bei einer Frau. Das weiß ich mal auch. Das gelingt ja auch immer mal auch. Bei mir lässt es aber mehr Zeit machen. Wir müssen. Ja genau. Da wo Kapuze liegt. Jetzt. Da wo Kapuze liegt. Und dann müsst ihr dagegen schlagen. Ach so. So. Ah. Si. Oh shit. Das war zu fest. Bin ich jetzt. Bin Cat. Mit dem Klo. Ja. Paar. Oh. Das war blöd. Ja. Jawohl. Ich hab auch. Ein Bockei. Wieso auch. Hat doch keiner gesagt. Das ein Harder oder? Aber ja. Ein Bockei. Okay. Alex hat noch. Hat noch Zeit. Ein bisschen. Ja. Wo sind wir denn? Wir sind. Ja. Hilfe da mal. Und sonst so. Warum gehen wir eigentlich wieder zurück? Mit V kann man über. Eine Runde ist. Mit V. Aber wir müssen doch aufm Spot. Entschuldigung. Kann man den Bot da übernehmen? Mit E? Kann man den übernehmen? Wir wächst an die Seiten. Äh. Kunran. Was so. Der pusht als TSV und geht ins CT instellen. Okay. Hier ne kleine Map. Ich würde den Bot gerne übergeben. Ja. Alex du bist dran. Wo muss ich hin? Er sagt kurz. Sagen wir ihm nicht oder? Nö. Wird zu spät ist den Kopf bestraft. Ja. Fast. Ah nee. Die Terrors hat nicht weggerasht. Du bist tot. Ne ich lieg hier auf der Schäfe. Oh ne ernsthaft. Oh Gott. Oh Gott. Oh ugly cat. So. Du musst das saven. Oh geil. Wohin? Oh. Oh. Ich lieg da oben jetzt. Oh lol ich lieg da oben. Ist nicht schlecht. Ist echt oben? Ja aber man wird runter teleportieren. Ha ha ha. 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 Du hättest durchschießen können durch die Rampe. Ja. Ja in der Mitte glaub ich ne? Ja. Ja gut aber. Hätt dir auch nicht so viel geholfen. Bleib da nicht liegen Kapuzenwurm. Bleib da liegen. Weil ich aufgeregt und nervös bin. Kapuzenwurm. Wurm. Weil ich nervös bin. Kapuze. Weil ein Mädchen mir zuschaut. Zwei sogar. Ich fand immer die eine Szene. Das ist echt nicht nett von dir. Kundran sag doch mal was. Ich fand immer die eine Szene mit Juli halt so gut. Denk dran du als wenn du Kapuze schlagen würdest. Ha ha wie. Ich bin immer zu schwach geschlagen. Ich hab gesagt stell dir vor du würdest jemanden hauen. Zum Beispiel Kapuze. Wow. Und bam fliegt der Ball weg wie sonst. Ach sorry ich kann mich erinnern. Ja der wollte dir auf den Hintern hauen. Ach fuck. Wie immer. Wie immer. Oh scheiße wo bin ich jetzt. Die Cutters. Die gehen schon wieder B Cutters rein. Ja. Ach come on. Das ist doch. Die Matt mussten. Die Matt mussten Russen gebaut haben. Immer B-Rush. Verflickst und zugenäht. Was ist hier. Ja. Cutter Combos nennt man das auch im österreichischen. Cutter Bumbles. Das war richtig. Die Cutter Bumbles. Cutter Bumbles. Cutter Bumbles. Und jetzt mit. Wo gehen wir jetzt hin. Weil in den Cutters waren wir ja schon drin. Ja jetzt legen wir die Bombe noch. Wir machen Split. Wir gehen jetzt noch A lang. Bis jetzt A lang reinkommen. Das war was für perfekte Flash. Nein. Oh Gott. Wie ist das passiert. Vorsicht da könnten Molly kommen. Loser Bies. Nee. Okay. Geht überhaupt gar keine Ahnung. Nicht mal gedefft. Ja ich wollte gerade sagen. Komische Taktik. Die CT ist. Da steht mit seiner AVP wie immer. Da stand nicht mal einer in einer Grube. Ja es kann natürlich sein dass der hinter den. Da du hast Grube nicht gecheckt. Hinter den Barrels wahrscheinlich. Das ist immer wieder bitter. Wenn ihr irgendwo hängen bleibt. Das ist das ließ. Ohhhh! Ach im Pit ist auch ein Loch. Ach im Pit ist auch ein Ding falsch. Ja das Brett-Pit-Loch ist später daran. Pfff. Wer hat denn Holy One kaputzt? Da sind schon die Toten. Was sind alle eigentlich? Holy One war hier. Was ist das Falsche? Wir spielen aber an 14, schummel jetzt mal nicht. Aber wenn du triffst ist ok. Ja wenn du Glück hast. Nein! Schnell! Du musst denn das mit der Fahne. Ah ok. Ja ok. Achso das andere mit der Fahne. Man verwirrt mich doch nicht so. Die 13. Hallo? Ich will da nicht. Warum willst du denn die ganze Zeit zur 15? Das ist die nächste Runde. Eindeutig Eckencamper. Der Flocker wird immer unter. Das reicht jetzt hier so ne Schatz. Da oben ist auch noch eins. Ich spiel oben auf die Rampen. Das kommt. Ohhhh! Jetzt kannst du auch weitermachen. Das ist noch in die 15. Oh shit, ich schaff's noch. No. Könnt's aber auch einfach in die 14 spielen. Das wäre vielleicht einfach. Wäre so geil wenn sie's einfach gefixt hätten jetzt. Dass man das nicht mehr machen kann. Jetzt hat's sie aufgegeben. Ich schaff das noch. Nein! Ich schaff das noch. Ich schläge als danach. Ah, fast. Ich möchte das sehen mit der 15. Ja, das wirst du ja nicht sehen. Nächste Runde siehst du die 15. Halt! Halt! Stopp! Halt! Stopp! Jetzt rede ich. So laufen unsere Kallas für Grundlagen ab. Ja, deswegen laden wir den hier hoch. Hey! Kaput, dass du lachst, ne? Du wirst nicht mal gefragt, weißt du? Ich lade mich hoch. Das ist unglaublich. Jetzt Bahn für mich zu dir ist bestimmt gar nicht so schwer. Nee, jetzt will ich in 14. Ich will in 14. Oh nee, ernsthaft? Ja, mit. Ach, Flocke, zeig's uns, wie geht das? So, was ist schon klug dran. So, ein paar habe ich. Da, so geht das. Wenn jetzt Kollision an wäre, wenn jetzt Kollision angewiesen wäre. Ich hab nicht gesehen, wie das Hupfen. Dann verwende ich das Kapuzelloch. Was? Flocke, Flocke. Bei Kapuze kann man nicht vorbeischlagen. Bei mir nicht. Bei Kapuze muss man immer einlochen. Ich hab's fast geschafft sogar. Oh shit. Verschafft! Oh! Fast so. Es ist ein hole in 1. Hole in von da aus. Ja, von hier. Jetzt ehrlich. Guck mal, so geht das. Nein, jetzt wird hier. Nein, mein Arsch. Mein Arsch-Enimus. Iso. Igo. Parrrr. Irrt ihr. Hehe. Arrrr. Richtig abschlagen. Jetzt? Legendary E. Hahaha. Was ist das? Das muss mal stark oder nicht hin? Richtig stark. Oh, wie hieß denn das nochmal eigentlich? Wie hieß das hier? Alex ist wieder Team Geld. Wie hieß das hier denn? Wie hieß das hier denn? Galerie. Habe ich das genannt. Wie hieß das hier? Da steht doch jemals jemand. Oh! Wenn die Bombe geplantet ist, kannst du hier ganz gut stellen. Also wenn sie für lang geplantet ist. Ja. Parrrr. Da steh ich ja auch meistens. Kannst du hier den Spot sehen. As. Parrrr. Ach, das hier willst du über die Ecke. Porr, wir beide mal 80 Punkte. Oh Gott, da liegt die Bombe. Wir wissen falsch. Ich plante fix. Erstmal schnell am K verstecken. Ja, erstmal K. Erstmal am K. Erstmal am K. Erstmal K. Erstmal K. Ich warte, bis ihr in der Nähe seid, damit ihr schnell ist. Die Bombe lege. Nein, 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 nein. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Bomb has been planted. Nein. Oh Gott. Das wird richtig. Nein. Ich bin aus der Map geflogen. Alles klar. Ich bin im Sand. Ich war hinter den Barrels. Wir kennen die noch aus Faustzeiten. Da stört man nicht. Du meinst, du bist gut. Nein, er meint Barrels. Das ist doch scheiße. Du a Barrel roll. Du a Barrel roll. Hä, wie soll ich das denn jetzt tun? Das funktioniert doch gar nicht. Doch. Okay. Hallo, meine Liebe. Ich hab die Fuse noch geschafft. Ich bin mit drauf gegangen. Letzte Sekunde zu Es bin hier ein wahrer Zauberer. Nein. Ah, was machen wir hier? Du lässt die AP-Bageler Gita verschwinden. Und ich hab's wieder mal geschah. Geschwitze. Kapuzenbom. Bin zu vier da geworden. Ey. Wie ist das denn passiert? Oh, Gunnar, du bist unter Paar. Das Scoreboard sieht doch fast aus wie immer. Hallo für den Counter-Strike. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Like, schau mir einfach bei uns. Dann wird's gut. Ciao. ั้ Pleasei. Petest Ball. at alle.